Das berühmte Brett vor dem Kopf verhindert, dass kluge Ideen in denselben eindringen können. Und ähnliches bewirkt der hintere Unterfahrschutz des Aufliegers allerdings im positiven, sicherheitsrelevanten Sinne. Denn er verhindert, dass PKW und Motorräder das Heck des Aufliegers unterfahren und dabei die Ladekante des Aufliegers in den Fahrgastraum eindringt und die Insassen erheblich verletzen kann. Und um dieses Worst-Case-Szenario nochmals zu erschweren, haben die Damen und Herren im Europäischen Parlament wahrlich nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt. Denn es wurden nicht nur die Prüfkräfte quasi verdoppelt, sondern gleichzeitig auch noch der maximale Abstand zur Fahrbahn von 550 auf 450 mm reduziert. Somit deutlich höhere Prüfkräfte und obendrein ein um 100 mm längerer Hebelarm. Die Physiker unter uns ahnen schon, dass das nicht nur höher feste Feinkornstähle erfordert, sondern darüber hinaus auch noch dickere Wandstärken. Und somit ließ sich leider nicht vermeiden, dass der Unterfahrschutz um circa 20 kg schwerer und um mindestens 400 € teurer wird. Außerdem erhöht sich die Gefahr, dass bei zum Beispiel steileren Hofeinfahrten der Unterfahrschutz eher aufsetzt und beschädigt wird. Und vom Rohrohverkehr auf der Fähre mal ganz zu schweigen. Es empfehlen sich also umso mehr die optionalen Gleitkufen. Da es sich um ein geschraubtes Bauteil handelt, lässt sich ein beschädigter Unterfahrschutz leicht austauschen und die ebenfalls geschraubten Gleitkufen leicht nachrüsten. Die neue Regelung greift ab September 2021 und bis dahin gilt es umso mehr den Hofbestand im Auge zu behalten. Ein unplanmäßiger Langsteher kann nach dem 1. September 2021 nur noch mit einer sehr teuren Nachrüstung zugelassen werden. Außerdem gilt es zu bedenken, dass große Stückzahlen mit Liefertermin vor und nach diesem Stichtag zu einer Splittung des Auftrages mit unterschiedlichen Preisen führen. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit hat bei KRONE von jeher allerhöchsten Stellenwert. Und auch die aktuelle Maßnahme ist ein alternativloser Schritt, der aber aus genannten Gründen eben nicht zum Nulltarif zu haben ist. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.